Jetzt müssen wir warten, bis die Spelunke freigeschaufelt wurde. Kramen wir schon mal neben der Spelunke einen Gang. Da kommt dann die zweite Küche hin. Die ich jetzt sogar schon bauen kann. So. Küche und Spelunke sind damit auch fertig. Damit habe ich glaube ich dann alle Räume. Ja, verschiedene Räume. Sehr schön. Und auch Graben habe ich dann. Was fehlen dann noch? Einheiten ausrüsten, Einheiten beschwören, kostenlose Einheiten. Zwei Dungeonstufen. Es wird, es wird. Es wird. Vorausgesetzt, die kriegen meine Spelunke frei. So. Squad 3 schicken wir mal hier zum Essen. Squad 1 und 2 potte ich mal hier hin. Und Ball mal wieder hier hin. So. Es wird noch ein Punkt für den Taurus. Dann kann ich die drei Punkte mir besorgen. Und auch die Einheiten ausrüsten Punkte. Sehr schön. Ball, mach mal fallen. So, 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 so. Habe ich noch irgendwo einen überschüssigen Imp? Nein, dann machen das die drei jetzt erst einmal. So, Squad 3 sieht satt aus. Also kann Squad 3 jetzt endlich mal die Sensenbraut entführen. Werde ich Squad 2 und Squad 1 zum Schnabulieren schicke. Ich bin doch nett, oder? So. 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 Oh, den habe ich noch gleich freigeschalten. Kein Problem, den kann ich gleich freischalten, wenn ich die verschiedenen Einheiten habe. Genau. Jetzt habe ich auch meinen Taurus. Der kostet Materialien. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und hey, ich habe schon wieder vier Punkte. Für magische Rüstungen. So, was fehlt mir jetzt noch? Eine Dungeon-Stufe. Dann kommt der super Überfall. Fallen fehlt mir noch eine. Oh, das kann ich gleich mal beheben. So. Der Trupp sieht frisch und fertig aus. Terra Paleskin, I presume? Well, yeah. And who are you? Some wannabe badass going after the Sovereign's scalp? Well, I... In that case, I'm happy to inform you that you're irreparably late. Say what? What do you mean, late? I mean that the Sovereign is already gone. Chased away from Castle Twilight by Blamey Bannister in allegiance with the Holy Conclave. Stop talking! Give me a moment. Oh, stupid, stupid Oscar. The peacekeeping observers, the shipping of shitloads of weapons from outside the realm, clerics of a gorilla meeting goblins beneath Mayhew, and the Serpent of Libertinum is, of course, the High Pontiff herself. You're saying that the Holy Conclave has performed a coup d'etat and placed Blamey Bannister on the throne? Bongo! The last anyone saw of the Sovereign, he and a couple of guards rode north. One of the Conclave's best agents went after him. He will soon return as the captive of Scorazia, the Wondertaker. What? Scorazia? But she has left the Sisterhood. She told me herself. So you're one of those idiots she has been using to run our errands. Fetching the crown of Sidrian Replica in Babarbia and the ancient record of Sovereigns from Thorn's Peak? She lured you to attack the City Council as well, didn't she? Just to divert the Sovereign's attention from what was happening under his oversized nose. Shut it or I will have you tortured! This doesn't change anything! You will tell me how to open the entrance to the secret tunnel or I'll be dancing on your grave before supper! I'll tell you nothing, you pathetic moron. Only the Sovereign and the High Pontiff of the Conclave possess the keys to open that tunnel. You're lying. There is always a way. Always! Maybe there is, maybe there isn't. You'll never know. Death Slayer, listen up! I'll bring this Hag to my personal chambers and have my twisted sister-in-law cracker wide open. You just keep doing what you're doing and I will get back to you as soon as I know what needs to be done. Seine verdrehte Schwiegerin. Der Imp. Yo. Ah ja. So, da waren wir ja. Der Squad sollte was essen. Wir brauchen... Mehr Schatzplatz. Ach, wer das komisch klang gerade so, wie ich das gesagt hab. Äh, also geht die Truppe zweimal da oben hin. Aha! Ich wusste, sie würde kaufeln. Es ist alles ein bisschen faszig. Nach dem Ende hat Mrs. Paleskin gurgelt und hießt, mehr als gesprochen. Aber die Öffnung des Tunnels betrifft, Interaktion mit drei Heiligen Spiriten, die nahe zu der Entrance sind. Erstmal sollte man kontrollieren, um die Öffnung zu nehmen. Dann werden die Spiriten entstehen. Böde sie. Und du solltest, dass du die Heiligen Objekte gebraucht hast, um die Entrance zu aktivieren. Jetzt geh. Ich bleibe hier, mit beiden Fingern und Legern geschlossen. Ja, sehr schön. Dich können wir nicht nehmen, du musst nämlich Pilze transportieren. Ihr solltet was essen. Äh, du bist Gott eins. Dich kann ich schon mal losschicken, Schätze bergen. Und da du ein grosses, grosses Squad bist. Obwohl, da müsste ich dich erstmal weiter upgraden. Äh, ja. Warum nicht? Krieg dir erstmal bessere Rüstungen. Und vielleicht krieg ich dann auch die Punkte zusammen für... Nein, leider nicht. Für die bessere Waffe, Waffen dachte ich eigentlich, aber das war Träumerei. Obwohl. Wenn ich noch eine kostenlose Einheit kriege. Oder ich einfach die Jungs hier mal ausrüste. Die brauchen eh Ausrüstung. So. Dann schicke ich gleich nochmal einen guten Spot raus. Und welches Spot drüggelt sich da gerade? So. Wir haben ja schon ziemlich viel Materialien wieder. Und dann schicke ich einfach... Nö. Machen wir das so. Erstmal gräte ich euch ab. So. Das ist schon mal eine gute Grundlage für den vierten Squad. Euch kann ich auf Materialien-Missionen jetzt schicken. Am besten auf eine zweier. Am besten auf eine zweier. Schatz-Schatz-Missionen schicken. Gibt es nur die da oben? Ja. Genau. Jetzt brauche ich nur noch die 75, die jetzt gleich gehen. Super Elite-Truppe hier. Sarkasmus. Randschaft. Die Materialien brauche ich. Und dann kann ich... Ja. Hm. Bessere Fallen. Oder mehr Eims. Ich glaube, bessere Fallen. Drei Punkte kriege ich auf jeden Fall noch zusammen. Arbeiter-Maximum zwei, aber dann kommen auch die nervigen Helden. Ich kann noch zwei Fallen platzieren. Also platze ich hier mal Gift. und dahinter einen Manscher. Und habe damit gerade einen Haufen von meinen Materialien verplempert. Kein Problem. Ich kriege gleich nochmal. 20 fehlen mir jetzt. Sehr schön. Könnte mich bitte einer hauen. Oder mir einfach Pilze bringen. So, wenigstens habe ich schon mal die Schätze. 100 Schätze zur Verfügung. Oh, ihr solltet essen. Oh, ihr solltet essen. Und ihr solltet auch essen. Top 3. Ihr sucht jetzt die andere Küche aus. Auf die nicht besetzt ist, oder? Also. Ah ja, da haben wir unsere 150 für die Schatzkammer. Sehr gut. Ich glaube, ich schicke Trupp 2 gleich nochmal los. Äh, hier oben. Ne, ich schicke Trupp 4 einfach mal hier die beiden abklappern. Oh, noch eine Pfosten. Oh, ein Priester. Sehr schön. So, 75 haben wir schon mal. Du gibst 25 und du. Da holen wir uns schon mal die 25 mit Squad 3. Obwohl Squad 3 wäre, ist schon Level 3 jetzt. Das war eigentlich unnötig. Egal. Jetzt muss ich mich auf jeden Fall sputen. Denn jetzt werden sie anrollen. In 5 Minuten. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch das kostenlose Einheitenpunkt. Der kostenlose Einheitenpunkt. Oh, ich kann ja wieder 2 Imps. So, dann hilfst du mal nach. Hier nach da unten. Komm, ich traue Squad 4 das mal zu. So. Ihr braucht bessere Waffen. Und ich brauche noch mehr Materialien. So, das traue ich's Gott zweimal zu. Eine Jägerin und ein Zauberwort. Das dürfte gehen. Hat gerade eben meine Hexenmeisterin getötet. Macht nix. Der wird durch einen Kleriker ersetzt. Ihr könnt jetzt auch essen gehen. Noch. Achso, den hab ich ausgebildet. Hups. Das ist ja gut. Kann ich die Küche mal besitzen. Ja, kann ich. Das ist auch sehr gut. So, den Priester, den ich da besorgt hab. Der kann da rein. Und der letzte DC Point. Jawoll. Das heißt, ich kann hier das mit den kostenlosen Einheiten abschalten. Äh, so. Keine Arbeiter verfügbar, weil gerade alle rumlatschen. So. Gold hab ich. Für den letzten Trupp. Rattenmensch. Du und du. Ah, ihr seid Level. Ab dem Priester auf Level 2 schon mal wieder. So. Ihr geht futtern. In die Futterluke stopfen. Jetzt haben wir auch einen Haufen Materialien im Überschuss. Also kann ich die Trupps mal upgraden. In der Hoffnung, dass die Zeit dafür noch reicht. So. Für den, fürs Meister hat's gereicht, ne? Ah, eine Minute reicht locker noch. Ah. Der Trupp sieht noch hungrig aus. Trupp 3 kann sich auch mal wieder hierher porten. Oh. Alles gut.